A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning with the house. Ach, ich werde nicht so, also ich werde natürlich hier und da auf den Chat schauen, aber ich möchte mich schon aufs Spiel konzentrieren. Das Haus sieht ja tricky aus, voll geil. Ich ignoriere das auch immer. Alles cool, Mädel, brauchst da keinen Kopf machen. Wo wieder Text weggehe, ist voll geil. Oder sie dachte, dass die Mystery genug wäre, um mich zurückzunehmen. Die Wahrheit ist, selbst nachdem ich das Haus hatte, habe ich nie gedacht, dass ich zurückgekommen habe. Aber jetzt hatte ich Fragen über meine Familie, die nur das Haus kennt die Antworten zu. Die Bäume rund um das Haus waren immer unkomfortabelig silent. Als ob sie etwas sagen würden, aber sie machen es nie. Ich kann übrigens nicht sprinten, gell? Nee, du hast noch nichts verpasst. Ich war seit sieben Jahren nicht mehr bei dem Haus und gehe da jetzt das erste Mal wieder hin. Ich habe das geerbt. Ja, weiter sind wir noch nicht. Das Haus war genau wie ich es erinnert habe. Wie ich es träumte, habe ich über das. Wir mussten aber schauen, weil das an den Frames kann man nichts machen, gell? Ein Weg, den ich nicht in Worte sagen konnte. Das Haus wäre mir heute noch unheimlich. Ich habe das geil gemacht mit den Texten. Leicht, leicht zu sein. Also bei uns würde es das auf jeden Fall nicht vom Bauamt abgenommen kriegen, aber... Wenn ich auf Sprinten drücke, dann zoomt die einfach so ran. Ganz komisch. Aber ist ja auch kein Jumpen ran, gell? Ah. Ja. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Or how only one restaurant would deliver to our house. So we had Chinese a lot. Okay, okay. Also bis jetzt raff ich gar nix. Krass. Killing everyone but sparing the furniture. Hm. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Was irgendwie cool die Bude. Great grandpa Sven built music box for Barbara. Along with the rest of the house. Also gruselig wird's heute glaube ich nicht leer. Hoffe ich zumindest mal ganz stark. Hab mich auch noch nicht erholt von Biest. A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Alter was is da passiert? Die is zu die Tür. My mom wasn't much of an optimist. But she never stopped believing that my brother Milton was alive. Mom always told me to stay out of the basement. So I wasn't too surprised. Hoho. Juhu. Ein Keller. Oh Gott sei Dank passt der Schlüssel nicht. Ich hab so'n Kellertrauma. Mal. Aber wie sie die halt zugemacht hat. Man kann's auch übertreiben. Ach man kann da reingucken. Oh Gott. Wie Babsi. Der Dachboden ist mit Leber. Er wusste ich noch nicht was auf mich zukommt. Was ist das Scheißhaus? Wieso hat dir das Scheißhaus zugemacht? Wieso steht da ein Name dran? Mein Grandpa Sam hat sieben Jahre mit seinem Tod mit seinem totbrother. Calvin. Ich raff grad gar nichts. Ich könnte mir vorstellen, dass die Räume wie so leveled sind, dass wir dann quasi einen Raum nach dem anderen öffnen und dann halt irgendwas über die Geschichte erfahren. Und halt Rätsel so wie Escape the Room oder so. Keine Ahnung. Okay. Lewis hat mir gesagt, dass es secretische Gelegenheiten gab, aber ich nie glaubte ihm. Das sieht doch gut aus. Zack. Ah. Chapter One. Ah. Chapter One. Das muss den Scheißhaus. Das muss den Scheißhaus. Das muss den Scheißhaus. Das war die ganze Zeit. Das war die Gerbe. Das war die Gerbe. Ach ja, ja genau, man spielt dann immer den Part von geben, um rauszufinden, was in der Nacht passiert ist. Jetzt fällt es mal wieder ein. Da kannst du ja wieder pennen gehen, oder? Passt doch. Fische kannst essen. Ja, sie dachte auch schon dran, wusste ich es doch. Ist die jetzt die Zahnpasta? Lol. Und Gordon? Sind die nicht giftig? Boah, geht er nicht raus. Und plötzlich, ich war ein Zahnpast. Okay. Om nom nom. Wo lang? Da komme ich ja nie rüber. Wow. Und ham! Ham! Ich habe sie gesprungen und habe sie fast bekommen. Jetzt bin ich im großen Baum. Ich habe mir gegründet, dass ich es nicht mehr klamm. glück dass ich da nicht runterfallen kann okay soviel dazu ich gehe davon aus dass sie träumt eine zähne wurden und haben endlich hicks kimberley grüße dich was für ein psycho kind aber der adler jetzt 22 wo ich idiot stimmt ich habe noch kohl drinstehen das war jetzt das beste tier was sie einfallen konnte oder was ich musste schnell ändern sorry leute so wie kriegen wir den hals ins water sie kann sich verwandeln was sie will und nimmt ein hei oida wo war das laut hat das kinder und schuss nicht gehört holt sie holt sie holt also alter ist die krank was geht ab mit der scheiß ist das ein psycho kinder was bin ich jetzt was ist das was bin ich jetzt die ist jetzt aber kein menschen oder das ist doch keine schlange alter kind was ist los mit dir ich wollte zu stoppen aber ich habe auch nicht Was machst du mit dem dronken Sailor, Sailor in der Morgen? Ho ho und ab die Reise, ho ho und ab die Reise. Muss ich jetzt den Kapitän knuspern? Alter, was geht ab mit dir? Das ist mein Frühstück, Alter. Ja, runter. Das war gar nicht so leicht zu steuern, das Ding. Jetzt bin ich wieder zu Hause, oder? Ist sie sich jetzt selber? Meine Mägen fingen an zu knurren. Scheiße Kind, such dir Hilfe. Ich habe meine Briefe für ein lange Zeit, aber ich kann es nicht hören. Ich denke, es ist wunderschön, mich zu schlafen. Aber es wird nicht wunderschön, es muss sich nicht wunderschön sein. Und wir wissen beide, ich werde es lieblich sein. Creepy. Habt ihr das gehört? Was war das? Oh, ich bin echt geschädigt, ja? Ich fühlte mich, als ob ein Teil von Molly noch hier war. Das machen wir jetzt aber nicht nochmal, oder? Oh, das war das Zimmer von den Eltern. Was war das? Odin Finch büriert die jüngsten Vizepräsidenten der Familie Kurs, seine Frau Ingeborg und ihren neuen Sohn, Johann. Auf Januar 7., 19... Hab man eigentlich schon irgendwas von Edith Finch gesagt? Oder bin ich das? Edith, das ist ja ein Frauenname, oder? Aber 40-Foot-Waves off the coast of Washington senden die Haus und Odin zu den Boden des Seas. Odin's daughter Edie, mit husband Sven und Baby Molly, stept inshore in der neue Haus, Orcas Island. Odin Finch ist der erste zu sein, in der neue Familie Cemetery. His daughter Edie ist bereits in der neue Finch-Haus. Okay. Ah. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay, war der Raum hier, oder is? Hier ist nix mehr. Wo nicht rein? Angenehm. Hübsch. So mei ich in meinem neuen Hause auch das Bad. Ah, wieder ein Buch. Gerade wird geschwiegen. Tatsache, krass. Geil. Oh, das ist schon nice gemacht, gell? Sven gave Sam eine alte Kamera, die er verbringte. Er hat es niemals verbringte. Okay. Okay. Das wäre auch gut in VR gegangen. VR. Und dass er nie über ihn gesprochen hat. Oh, gott. Oh Gott. Der Leck ist gespürt. Er würde niemals wieder Angst haben. Und er war nicht. Ich glaube, Calvin wollte immer fliegen. Für den Tag geht es irgendwie nur ums Essen. Vielleicht muss ich so einen Überschlag machen. Und dann träumt er, dass er ein Zombie ist und Menschen auffrisst. Alter. Wundert mich nicht, dass der ein Gipsbein hat. Alter. Alter. Alter, was geht mit der Family ab? Mal. 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 Ich bin erschrocken, doch gesagt ich bin so schreckhaft. Das sieht ja nicht mal gut aus, das sieht schon aus wie Doug Newcam irgendwie, so die Grafik. Sehr gut. Oh, Jack hier, mit einer Gassel-Tale, inspirierend von Amerikas die größte Gefühle. Ich heiße es, die Überraschung von Barbara Finch. Oh. Oh. Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better? I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when- Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was canceled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried- A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orca's Island tonight. Police are urging residents to- That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. They'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him right on cue. He reached for the music box. Will ich das jetzt machen? Ah. Ach, ist ja geil, ich mach das jetzt in der Zeitung. Ah, wisst ihr was, der will mich nur erschrecken, damit ich den Schrei perfekt mach. Ich bin Fuchs. Ich bin Fuchs. Es macht mir gar nichts, Kiki. Ich bin Fuchs. All I'm getting from me now is that you're hurt and confused and... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb. Okay. Okay. Hey, ich komme. Du kannst ja bei den nächsten Bildern schon sehen, ungefähr was passieren wird. Okay, der war links. Der war links. Doch, 183, das bin ich. Ach, eine Hand habe ich keinen. Oh, die ist ja bei den Schwiegern. Ich bin Fuchs. Das ist ja bei den Schwiegern. Ich bin Fuchs. Und die Schwiegern. Ich bin Fuchs. Und die Schwiegern. Das ist doch die Musik von Halloween, oder? Wie lange probiert ihr das jetzt? Da, da, da! Schuss! Oh, dear. Surprise! The monsters. What the fuck? She saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. Going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom, but unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box, is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call, a real, eerie tale. Kranke Scheiße. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered. As absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. But what I was like, Rall, that's not what really happened. Or are they just so, Metapher, for what happened with her. And why do I ask you that? Woher sollt ihr das wissen? I guess now I know why mom doesn't like me playing with the music box. Ja, aber sie sagt das jetzt mit der Spieluhr. Also ist das vielleicht... Ey, dann ist das dann doch echt passiert, oder? Ach, da waren wir noch nicht. Man muss in... Oh Gott. Ähm, wo jetzt hin? Ach, zur Spieluhr. Ja, genau. Das heißt, ich muss jetzt in den Keller. Juhu! Ja, leer. Kein Ding, Powerin. Müsste jetzt ne Schlüssel sein, oder? Nein. Ah, tatsächlich. Wollt schon aufgeben. Geil. Hat doch geschwimmen, sie muss schnell 5 Minuten AFK. Achso, wieso leer? Ich hab gedacht, du meinst, du fragst mich. Oh, das ist die... Das ist die... ... wo der... ... wo der... ... der Vorder rein gefallen ist. Das ist der Kehrschrank, wo sich der andere da versteckt hat. ... oder Gott sei Dank haben die keine Geheimnisse in der Familie. Was geht denn ab? Okay. Kennt man. Ja, also die hat tatsächlich... Barbara ist tatsächlich gestorben. Und ich glaube, der andere ist da beim Schaukeln wirklich die Klippe runtergefallen. Also das ist schon... Was das mit dem Traum, das verstehe ich halt nicht. Man steuert alles in diesem Spiel unterschiedlich. Ich habe ein Schaukeln und leben für heute. Das ist ein Schaukeln. Ich habe ein Schaukeln. Ich habe ein Schaukeln. Wenn man das lange genug ist, kann man sich nicht verwendet werden. Auch ein Monster an der anderen Seite der Tür fühlt sich normalerweise. Almost freundlich. Und dann ein Tag, alles einfach... Stopp. Whatever that thing was, it was gone. Maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. Der war 30 Jahre hier unten, oder was? I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Man. Scheiße, Alter. Und wo hat der so viele Dosen für sich, Herr Jakob? Besser klären sie einem wieder nicht. Das darf man sich wieder selber zusammen reiben. Ich weiß, es ist irgendwo drin. Ich weiß, es ist irgendwo drin. Was hat Barbara zu töten? Und Molly. Und Molly. Die Molly ist auch tot. Das war die erste mit dem Traum. Krasse Scheiße. Calvin. Calvin. Calvin war der auf der Schaukel? Die sind echt alle tot. Hallo? Der hat sich dann da 30 Jahre versteckt, nachdem die alle gestoppen sind. Sie sind in der Zeit. Sie sind in der Zeit. Auch wenn es mich zäbte. Das ist da. Ich möchte Sie wissen, dass ich bereit bin. Ich werde es alles empfangen. Es ist das Essen. Er wurde jetzt nicht vom Zug überfahren, oder? Der erzählt mir hier eine Salve, wie er bereit, dass er ist und alles. Okay, also der Walter ist gestorben, als sie sechs Jahre alt war. Und der Walter war 30 Jahre da unten. Und der ist erst runtergegangen, nachdem Molly, Calvin und Barbara gestorben sind. Okay. Ja, klar, steht er da. 1960 sind die gestorben. Also 47, 60, 61. Und sie ist 99 geboren. Okay. Es geht also quasi nicht, also schon um eine Familie, aber über Generationen hinweg. Ich bin sicher, dass meine Mutter mir versucht, um mich zu retten. Ich weiß nicht, dass meine Mutter mich zu retten. Aber wenn sie mir nie über einen Onkel hinter dem Haus erzählt hat, dann kann ich nur vorstellen, was anderes sie schmutzte. Ich will nicht die gleichen Fehler machen, die sie gemacht hat. Ich versuche, etwas zu schmutzigen, das noch immer ist. Mette, ich grüße dich. Oh, zwei werde noch. Ja, ich bin echt konzentriert, mir taugt die Story auch wirklich. Ja, ich kann... Hallo, Jessie. Der ist echt vom Zug überfahren worden. Ja, lol, Alter. Der ist 30 Jahre da unten, versteckt er sich, erzählt dann eine Mordstory, wie er... Wie bereit, dass er ist und... Geht hier raus und wird plattgefahren, was geht denn ab? Ein bisschen schneller bewegen wäre schon geil. An wen schreibt die das? Ja. Auch bei mir geht's eigentlich. Das ist doch nicht das Haus, oder? Ja, das ist doch, oder? Das ist doch, oder? Ja, das ist doch sicher. Das ist doch toll, oder? Was ich auch mal wieder voll Kann leider nicht beim ganzen Live dabei sein Ich werd das Ich nehm's zeitgleich auf Ich poste das dann auch auf YouTube Gedacht Wenn ich's schon spiele Dann nehm ich's doch gleich wieder auf Oder? Und Ich wollte noch was sagen Achso ich hätte auch voll Bock Mal wieder auf Life is Strange Gibt's da nicht einen zweiten Teil Oder sollte ein zweiter Teil kommen? Würde ich auch voll gern zocken Wie viele Tiere haben die gehabt? Das war ein paar Generationen, gell? Ach ja, das ist auch hier schon Barbara Finch war der Star Walter Finch War der unterm Haus Eddie Finch Wer war Eddie Finch? Sven Finch hat das Haus gebaut Eddie war Gestorben 2010 Er war voll spät So, hier noch Molly Finch Das war die mit dem Monster Und Karen Finch Der fliegen wollte Okay, auch geil Ich bin sicher Ich bin sicher Was ist jetzt einfach wieder zurückgehen? Nee, ich bin Edith Konnte Eddies Standpunkt immer verstehen? War ein Fuck. Das müssten meine Brüder gewesen sein. Sanjay, was ist denn da passiert? Milton? Ja, war Milton? Oh, aber mein Namensgedächtnis ist einfach so zum Kotzen. Das ist langweilt mich. Achso, Moment. Ja, Milton habe ich noch gar nicht. Milton war mein Bruder. Aber einen Sanjay gibt es da gar nicht. Ah, hier. Okay, ja, so rafft man es einigermaßen. Da steht dann quasi auch, wer wer war und so. Hier unten ist Eddie. Mit dem fing alles an, oder? Nee. 1917. Odin fing alles an. Spiel mal mal weiter, vielleicht kommen wir nur drauf. Die hat halt echt Glück, dass das alles nach 17 Jahren noch so stabil ist, gell? Ach, das ist das Baumhaus, wo diese Psychotant, der oben war. Ich bin ja auf dem Dachboden, wo zugesperrt war. Oh, Leute, es hilft nix. Ich muss mir schnell die Hände waschen. Wider geht's, meine Freunde. Huh. Spielern. Okay, da ist schon der Brief. Ich möchte mir aber nur umschauen, bevor ich den Brief liess. Okay, mehr gibt's ja nicht anzuschauen. Oh, lesen wir mal. So ein paar Rätselchen hätten es schon einbauen können, gell? Musikaner. Die ist schon für euch angepasst, Leute. Ich höre noch ganz anderen Shit, wenn es ist. Ach so. Das meine ich, es lässt sich alles anders steuern. Man weiß nie, wie man das jetzt wirklich bedienen muss. Das ist ein bisschen tricky. Was geht mit dem ab? Stell halt mal scharf. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Beim Pissen. That's the keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know, who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? To tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Äh, doch, aber was? Last time I was with my brother Calvin. Dad! Boah, ein Hirsch! Boom! Boah, sowas würde ich mit meiner Tochter auch mal machen. Wo, wo ist sie denn? Ah. Ja, natürlich. Also, ich meine fotografieren. Keine Reh, Hirsche abballern. Fotos. Ups. Wie er da, voll proud, weil es zieht da hinten ends am Heulen. Was ist mit dir kaputt, Junge? Ach so? Ach so? Dad, it's twitching. I think it's... Totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about it. Dad! Alter, nicht dein scheiß Ernst. Of all these stories, that's the one I wish most, that my mom had told me. Alter! Boah, fuck. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Krass, hä. Ohne Schmarrn. Das tut mir jetzt voll leid. Ich schaffe mir das echt in zwei Minuten. So eine Story aufzubauen, dass ich voll Mitleid habe. Übel. Boah, muss das übel sein. Stellt euch das mal vor. Scheiße, das hat mich jetzt echt voll getroffen. Vollgas. Eddie und Samus, da komme ich, da bin ich immer noch nicht so ganz, ganz auf der Höhe. Also das Babygitter kriegt er sogar ein Baby auf. Nein! Geht doch, nein! Falsche Richtung. Scheiße, was habe ich gesagt, dass die Antwort passt? Wieso bist du überhaupt noch da? Das hätte ich ja nie gedacht. Ach so. Ich habe mich jetzt voll getroffen. Das ist echt. Oh, ich bin jetzt das Baby. Ach so. Was geht morgen, Benchmaster? Ich habe mir den Film sehr gerne im Kino angeschaut, aber irgendwie ist es auch blöd, wenn es ihn schon auf Netflix gibt. Ah! Ah. 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 Irgendwas passiert doch da jetzt, oder? Ah. 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 Nicht dein Ernst jetzt, oder? Scheiße. Das Zertrunken des Babios, fuck. Scheiße. Ein Jahr. Boah, echt, ich bin da zu nah am Wasser gebaut für so eine Scheibe. Übel wie die alle verreckt sind, das ist ja... A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. My father made him come of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom or the words that I had. I now pronounce you husband and wife to make his prize. Waren doch alle. Ich bin bloß froh, dass ich dir nicht den Arsch versoll. Apropos wegen am Morgenhof, wir uns zusammen, gell? Ah. Oh, oh. Hast du mal ein Janabur? Wo ist der Rest jetzt? Das ist ein sehr heftiger Drachen. Das Matron hat die Trenn, die mein Vater hat prudely gemacht. Die Sonne war viel zu nahe und full von Angst, aber alles, was mein Vater gesagt hat, war, zu machen die Musik größer. I wish that I could truly say I thought about you on that day Out there on the beach alone Just you, the wind, the sea and foam But I didn't Until we found you So is there Gus Or is there? She never talked about him But mom told me once If I was a boy They were going to name me Gus My mom moved up to the loft After her brothers died Oben hat die Mutter gewohnt At the time It was as far away as she could get Die ist da jetzt mal hochgeklettert Wo sie meinen Dad Sanjay Kennenlernte Ah, ok Religion was another thing My mom never talked about But I think it helped her a lot After her dad died Ja, wenn 17 meiner Kinder sterben Dann würde ich auch noch an Gott glauben My mom moved to India A week after graduation And got a job teaching English Lewis was born a year later Lewis was born a year later When my dad died I don't think mom knew where else to go I'm sure Edie was happy to have her back The house had to get a little bigger But Edie was used to that And for a while Things were good Almost normal Wurde wohl zu Hause unterrichtet Milton, der lebt noch Achso Verschwunden Diese Bude hältst du ab nochmal So ein Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Milton Finch in The Magic Paintbrush Das ist das Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Und das ist das Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Und das ist das Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Und das ist das Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Und das ist das Schrein haben sie aber schon für ihn errichtet Das war Milton. Der war schneller abgearbeitet. Wieso zeichnete sie denn so komisch? Mom spent months searching for my brother, then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Vielleicht nirgendwo weiter? Bin ich dein Ernst, jetzt muss ich wieder zurück. Ist halt auch interessant, da ist bestimmt auch noch irgendwas mit dieser Lampe. Ach, da gehts noch höher. Ich würde da halt echt nicht langlaufen. Ich glaube, Louis blamte sich selbst. Nachdem er zu graduation hat, hat er nur mehr und mehr Zeit in seinem Raum. Bis dann hat Mom ihm einen Job in der Cannerie bekommen. ... ... ... ... ... Der Luis! Alter, der 420er, du. Das ist sehr, 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 sehr gut. Gut, kommt. So, die anderen haben die geleistet. Ich glaube, die waren alle ein bisschen 420. Ja? Keine Drogen. Warte, ich kann beides machen. Weil es nicht so einfach ist. Und Dinge, die keine Names haben. Ich weiß, es war alles in seinem Kopf. Er wusste, es war alles in seinem Kopf. Keine Fische mehr. Wird immer größer, gell? Das ist so quasi der driftet jetzt so ab. Der schmeißt auch die Fische, finde ich, immer krasser weg. Ganz ehrlich, bei so einem stinkenlangweiligen Job musst du aber auch irgendwie ablenken. Das ist so wichtig. Er sprach, um zu starten eine Band zu starten. Und er war immer etwas zu spüren. Das ist so wichtig. 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 Ha! Alter! Ich glaube, da kommen einfach keine nach. Minneapolis. Until one day, Minneapolis. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing off. In Lewisburg, he heard rumours of a handsome queen. The queen was on her own quest for radiant rainbows. He followed the sound of her. Silver heart. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. Oh Gott. Oh, er macht seinen Job. Muss man ihm lassen. So proud of having created it. In his own eyes, he becomes something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck me that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Scheiße. Was machst du, Bro? Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Boah, ich habe echt eine Gänsehaut. Das war ja böse geil gemacht. Boah, ich habe echt eine Gänsehaut. Selbstmord. Aber nicht dieses Fischding, oder? Also mit den Fischköpfen abgeschnitten. Heftig. Das waren alle. Das hat mir jetzt richtig gefallen, das war echt mega geil gemacht. Ne, den Namen der Mutter kennen wir nicht. Aber wie oft ich aus dem Raum raus gehe und gehe wieder rein. Da steht eine Shisha, ja. War ja auch ein chilliger Dude. Ach, da geht es gar nicht weiter. Ich habe vorhin... Hä? Aber auch nicht. Wo muss ich denn dann hin? Da drin konnte ich nichts mehr machen, oder? Da ist ja noch eine Tür. Ja. Ich habe schon gedacht, dass sie jetzt wieder runterklettern und dann feststellt, dass es falsch war. Wir gehen halt auch immer weiter nach oben, gell? Ganz oben ist dann bestimmt das grande Finale. Idee. 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 Idee, meine Mutter? Nee. Da stand der Mutter hat gewartet. Idee. Das verstehe ich auch, also da wäre ich jetzt auch nicht geblieben. Ich ist neben einmal nach oben nicht wurde. Bin echt gespannt, was passiert ist. Edith. Mein Zimmer. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht. Die letzte Nacht. E.D. hat uns nicht gesagt. Bis zum Abend. Bis zum Abend. Und sie hat sie gesagt... ... zu unserer letzte Nacht zusammen. Und alle unsere letzte Nacht zusammen. Grandma, du weißt, was ich gesagt habe über Alkohol. Einige von deinen Medikations sind sehr spezifisch... E.D., ich lefte ein present für dich in der Halle. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning. But E.D. always had plenty of candles. When my mom saw the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that E.D. had a key to it. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Vor was hat sie denn Angst? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your story. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay. History of the Finches. By Eddie Finch, E.D. There's so many stories I wish I could tell you. But there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night the tide went way way out. It was the first and last time I ever saw the old house underground. There's been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in a thousand years. I said, that's had something with this lamp to do. No. I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog grew up, I lost my way. I got turned around. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. But I need you to try and... Edith! What are you doing in here? It's mine! Edith! Leck mich! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked in the screen, but... Mom dragged me to the car. You're not that fucking shit. I never saw great grandma Edith again. The next morning the van came to pick her up, but... She was already gone. After that we moved around a lot. We both tried to make the best of it. Yeah, it was too late for me. Yeah... A few years went by. Don war die Mutter. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone, the last Finch left alive, until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes and appreciate how strange and brief all of this is. It's not my birth, right? Yeah. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry, I won't be there to see it. It's a lot to ask. But I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance. Ach, I'm not Edith. Good luck. Alter, ich hab eine Gänsehaut, das ist so übel grad Alter Und das war's jetzt Aber was passiert ist, weiß ich jetzt trotzdem nicht, oder was? Alter Das Spiel war echt geil Geile Wendung zum Schluss, haben wir da echt nicht gerechnet Heftig Und ihr habt's echt komplett zugeschaut, Leute Ich bin Holz auf euch Krass, okay Aber ich hätte jetzt trotzdem Ich weiß nicht, ja, also ihre Die ist abgehauen, weil ihre Kinder da alle gestorben sind Aber ich hab eigentlich irgendwie gedacht, dass in dieser eine Nacht irgendwas ganz Spezielles passiert ist Aber trotzdem echt mega geil Ja, Leute Wer war's das eigentlich von meiner Seite? Oh, Erfolg freigeschalten Danke, Johann Muss mir das noch ganz anschauen, da krieg ich noch Erfolge Generell, vielleicht kommt da noch irgendwas Ja, auf jeden Fall Wenn ihr da mal Bock drauf habt, dass ich sowas nochmal mach So ein Spiel komplett durchspielen Was sich natürlich in Grenzen hält Das waren jetzt zwei Stunden Das ist ja Machbar Dann Gebt mir Bescheid Ihr könnt mir auch gerne mal ein Spiel vorschlagen Weil so ein Kurzes zu finden ist halt Schwierig Was da meistens irgendwelche Horrorgames sind Die mag ich eigentlich nicht livestreamen Bin völlig verwirrt Die so hatten die so ein Pech, ja Keine Ahnung Die waren echt verflucht Das mit der Edith Das war jetzt Echt krass Die ist quasi bei der Bei der Geburt gestorben Nee Hätte sie das ja nicht mehr aufschreiben Zumindest hätte sie ja Die hätte ja nicht gewusst, dass sie stirbt Und danach konntest du es ja nicht mehr schreiben Das waren die ganzen Testspieler Da könntest du meinen Namen ruhig auch mal hinschreiben Diff, Eddie, Dawn und Louis Das erste Mal, dass man die sieht Ja, das war's Die Option Geschichte wiederholen Steht jetzt zur Verfügung Will ihr Edith um von Anfang an Um von Anfang an Achso, jetzt könnte man quasi die Alle nochmal einzeln spielen Die Oma und die Mutter hatten noch gar keine Wird doch gar nichts gespielt Ja, egal Leute, wir sind fertig Ich danke euch fürs Zuschauen Finde ich echt cool Wie gesagt Falls ihr da mal über irgendwo Irgendwo was hören Sollte, dass es ein ähnliches Spiel gibt Was halt auch nicht so lang ist Dann Oder wir machen es auf zwei Streams dann Oder so Ich hätte da Bock drauf War echt cool Bin auch einer Wenn ich was durchgespielt habe Dann rede ich gern mit anderen drüber Ist jetzt cool Dass es jemand mitgesehen hat Ähm Genau Lea, dir auch Einen wunderschönen Abend Ein schönes Wochenende wünsche ich euch Und vielleicht sehen wir uns am Sonntag Vielleicht sehen wir uns morgen Ich hab sturmfrei Bis dahin Eine schöne Zeit Also